hey leute heute mal ein kleines anderes video von mir und zwar werde ich öfter mal gefragt wie ich denn eigentlich die ganzen videos so zusammenschneide und ja wie ich das überhaupt mache dazu sage ich direkt am anfang ich habe weder eine ausbildung in sowas noch irgendwelche andere professionellen erfahrung in der richtung aber ich habe mir das über die letzten naja zwölf jahre ungefähr 12 13 11 12 13 jahre selber so ein bisschen beigebracht und so die wahnsinnigen skills habe ich dazu auch gar nicht aber wenn man damit viel leidenschaft und ausdauer rangeht kann es halt trotzdem ganz gut werden also ja wir sehen hier im hintergrund eine kleine zusammenfassung des ersten richtigen abschnittes bzw des ersten treffens von dem rp event von fuchs anoxen und ja wie ich das so zusammengeschnitten habe man sieht im prinzip dass ich links immer hier mit adobe premiere pro cc 14 ist das noch sehen wir links immer die ganzen ordner das sind viele viele ordner immer die ich für die einzelnen wegpunkte und auch mal zwischendurch oder für andere aktionen dann erstelle und innerhalb der ordner sind es immer noch mal viele viele dateien alleine für das letzte kleine kleine knapp 20 minütige fanvideo von fuchs anoxen waren es über 560 videodateien die insgesamt zusammengekommen sind dann noch viele text dateien und noch die ganzen musikstücke und so weiter hat sich das dann alles noch mal in insgesamt weiß ich nicht zwölf ordner oder so aufgeteilt mit einem haufen ja unter gruppierung dann noch mal da sieht man jetzt hier im video nicht so gut aber ihr könnt mir glauben es war so ja auf jedenfalls wenn ich dann mit so einem video anfange man hat ja immer eine grobe richtung in die das video gehen soll das heißt gerade jetzt hier wie beim ersten treffpunkt man weiß ungefähr okay so wird es wohl ungefähr anfangen so wird es dann wohl enden in dem fall halt es beginnt mit der zusammenkunft der ganzen schiffe die finden sich immer mehr zusammen freuen sich drehen sich düppeln oder machen irgendwas anderes zusammen und zum ende hin geht es dann richtung massensprung so das heißt in dem fall hätte ich dann gern oder mal so mache ich das gerne so ist es ja dann auch im video deutlich zu hören vor allem dass es ein musikstück ist welche so nacheinander aufeinander aufbaut das heißt es beginnt recht langsam leiser und wird dann immer nicht hektischer aber aber es wird dann immer fulminanter es wird dann immer größer es wird dann immer orchestraler und so weiter so mag ich das ja auch am liebsten und so suche ich mir eigentlich die meisten musikstücke rauskommt halt immer auf die szenen drauf an wenn es was langsames was stiller und ruhigeres sein soll dann muss man halt danach ausschau halten und wenn es was kampftechnisches ist dann ist es irgendwie was hektisches wie es gab wie ganz zum schluss vom füchser noxen video die letzten einstellungen vor vor den orbital in toluku noch mal und ja da suche ich mir dann immer erst mal die lieder raus die ich dazu brauche oder dazu gerne nehmen würde und dann geht es los wie wir hier auch im video sehen fange ich dann damit an erst mal zu gucken wo ich überhaupt die ersten die ersten 10 einsätze also wir haben ganz unten die musikleiste bzw da läuft das musikstück durch und dann sehen wir hier ich gucke dann erst aha da könnte jetzt zum beispiel was hinkommen sprich die erste szene da höre ich dann immer zigmal also ich höre dann vorher schon durch meine ganzen ordnung wo ich so viele filmische musiktitel drin habe höre ich dann ewig durch bevor das überhaupt schon anfängt um schon mal eine grobe auswahl zu haben von liedern die ich dann in den eventuell nehmen möchte und da probiere ich dann am anfang sehen wir jetzt hier nicht habe ich aber ein paar durchprobiert welche eventuell passen könnten hatte mich letztendlich dann für das was dann her geworden ist auch entschieden und in der regel zu 95 prozent werde ich das dann auch nicht mehr ändern das bleibt dann so vom lied her und ja da suche ich dann immer erst mal anfangen das muss nicht direkt der anfangen vom lied sein wie wir hier sehen das ist schon so ein paar naja so 15 16 sekunden 17 sekunden nach dem beginn des liedes fängt das eigentlich dann an dass ich da die erste szene setze und zwar aus dem grund weil es irgendwie naja nicht ins auge oder ins gehör stich sondern damit soll dann das richtige video beginnen das davor was da vorkommt ist bloß so ein bisschen geplänkel und damit beginnt eigentlich dann die erste richtige szene zu dem treffen dass die drei szenen die da vorkommen im richtigen video dann zum ende hin das sind dann bloß so kleine lückenfüller nenne ich jetzt mal die ich mir dann rausgesucht habe also das ist dann eine sache die bei mir ganz zum schluss eigentlich erst dran kommt ich fange immer erst mit dem richtigen video an also die füller die manchmal am anfang oder am ende kommen das kommt dann immer zum schluss dran manchmal bei dem war es jetzt nicht so aber bei dem bei dem letzten teil den ich gemacht hatte das ende von vom füchser nox im video da war es so dass ich den den schluss wurde gekämpft wurde dadurch das schon relativ am anfang drin und fertig und erst das was dazwischen und davor kam zum ende hin gemacht also das kann manchmal ein bisschen unterschiedlich sein je nachdem wie man das gerade so im kopf hat und und denkt ja okay dafür weiß ich gerade genau welche szene ich nehmen möchte welche ich aufgenommen habe dann mache ich das mal und guck mal ob das so passt mit dem musikstück und in der regel klappt das dann auch ganz gut und dann geht es halt weiter dann sehen wir hier dann so nach und nachher da wird dann so ein bisschen hin und her gerückt und noch mal angepasst zurecht geschnitten und immer wieder neue szenen immer wieder geguckt wie wie passt von der von der zeit her wie muss ich das dann auf den nächsten ja auch auf die nächste szene anwenden das heißt wie wie lang ist die vorhergehende szene und wie lang muss die danach sein und so weiter und so weiter denn jetzt vielleicht schon mitbekommen ich orientiere mich immer am musikstück wie die szenen dann geschnitten sind also die szenen sind oft so lang wie ich weiß nicht wie man das nennt weil ich da auch keine ahnung eigentlich habe immer dann wenn markanter punkte musikstück kommt laut ein großer bass oder 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 eine stimme setzt ein oder so ein vocal setzt halt ein dass immer genau dann auch geschnitten wird weil das für mich dann auch sehr angenehm zum anschauen ist und dass das stimmt eigentlich dann immer auch sehr gut halt auf die musik ab wie man hier sieht da wird dann immer viel gekattet viel hin und her und was wir jetzt gerade sehen ist dann eigentlich auch das was mit am meisten zeit kostet beim schneiden das sind nicht mal die szenen die ich am anfang so einsetze sondern dieses immer wieder anschauen der ganzen szenen am anfang geht das noch wenn du bloß eine handvoll oder zehn oder 15 szenen da reingeschmissen hast in die schnittleiste wenn du zum schluss aber zwei drei minuten voll hast und du guckst dann ich gucke dann immer wieder alles durch um noch mal zu checken okay ist das soundtechnisch haut das genau hin so wie ich es da gerne hätte oder muss ich doch noch mal vor und zurück rücken und wenn das der fall ist dann ist das was davor und danach als szene kommt auch immer noch mal dran wo man das noch mal dran rum schneiden muss oder was verschieben muss oder und so weiter und so fort und dieses aber immer wieder angucken der ganzen szenen manchmal mache ich das nur von bestimmten stücken manchmal mache ich es dann komplett und um einfach zu gucken okay ist das passt das so wie sich so nacheinander aufeinander aufbaut weil wenn du bloß sehen an szene erstmal aneinander reißt und ganz zum ende durch guckst dann macht das weiß ich nicht für mich nicht so großen sinn sinn weil ich dann da am anfang oder vor jahren immer mal festgestellt habe guck lieber zwischendurch schon immer mal wieder alles an wie ist dann auch hier wie man es dann auch hier sieht da läuft die ganze leiste unten immer mal wieder durch links oben dann sehen wir immer die vorschau videos wenn ich die links in der leiste angeklickt habe da kann ich mir dann immer eine stelle raussuchen die ich direkt unten in die schnittleiste rein ziehe das ist ganz angenehm ja und rechts dann oben immer der vorschau monitor auf dem ich das dann sehe wie es dann im endeffekt aussieht und noch eine sache die sauviel zeit kostet gleich viel wie vielleicht immer dieses immer dieses komplette noch mal durch gucken was man bisher so zusammengeschnitten hat das sind eigentlich dann zum schluss die anpassung der einzige grund warum ich schwarze balken verwende ist eigentlich der weil ich dann mit den szenen viel besser arbeiten kann ich würde die gar nicht verwenden wollen wenn ich sie nicht für gewisse sachen bräuchte das heißt wenn ich mal man sieht es ja immer mal wenn ich wenn ich ein bild mal hoch und runter schiebe oder mal irgendwie noch mal antiken rein oder man ticken irgendwo raus zu muss oder das bild dann mal nach links rechts halt oben unten links oben rechts unten verschieben will das geht nur wenn ich wenn ich wie hier gut hatte man es gerade kurz gesehen wenn ich schwarze balken und oben habe dann kann ich viel mehr rum editieren mit jeder einzelnen szene und gerade wenn ich ein schiff irgendwo mittig haben will sind halt schwarze balken oben und unten für mich deutlich deutlich angenehmer das dann im endeffekt zu bearbeiten das geht dann viel besser und natürlich wirkt das dann auch filmischer und so weiter also es ist eine win-win situation einmal für mich weil ich dann mehr rum editieren kann und mehr anpassen kann und dann einmal auch weil es sieht cooler aus wenn man so einen kleinen film macht mir gefällt es eigentlich auch besser mit so schwarzen balken mittlerweile war ich am anfang nicht so der freund von aber mittlerweile finde ich finde ich eigentlich echt in ordnung und ja so geht das dann immer weiter bis dann irgendwann einmal der komplette abschnitt durch ist wir sehen es da oben gerade für xanoxium teil 2 steht da eigentlich drin der leiste und das ist eigentlich theoretisch der erste teil denn links davon für xanoxium ist das intro gewesen was auch hier beziehungsweise war der trailer was dann auch letztendlich größtenteils so als intro außer drei vier fünf sehen die ich noch ausgetauscht hatte die ich dann für das richtige video genommen habe ja und so geht das dann nach und nach immer weiter bis wir dann irgendwann beim schluss angekommen sind und nach weiß ich nicht zwei stunden oder so wie lange das hier gedauert hat dann die erste die erste szenen komplett zusammengeschnitten sind noch mal kurze anpassung zum schluss ja dann das ist zum schluss noch so ein paar mal komplett durchlaufen passt noch mal hier und da so ganz kleine sachen an und dann ist der erste teil eigentlich auch schon erledigt und da gucken wir mal hier aktuell direkt ins schnittprogramm rein ja und so sieht es dann aus das ist dann der erste teil der komplette erste teil vorne von vorn bis hinten hier ist allerdings noch ein bisschen was anders als im gesamten dann was vergleich sehen werden aber ich habe dann viele sachen auch in fuchs anoxen alles noch mal geändert sehen wir gleich also teil 1 ist zum beispiel das intro und so weiter dann der zweite teil das ist der tag der ankunft wo sie sich dann alles so getroffen haben beziehungsweise dann auch das weg springen und danach die kleinen szenen die reise zum sieger nebel das hängt hier noch mit dran das habe ich im moment dran gegangen solche sachen und dann der teil 3 die aktion mit den schildzellen innerhalb des sieger nebels das war der dritte teil und der vierte teil das waren dann die gardien ruinen da muss ich sagen bei dem teil hatte ich am meisten zu kämpfen wie ich es umsetzen möchte weil ich einfach kein passendes musikstück ewig dafür hatte bei manchmal gerade bei solchen geschichten da habe ich dann erst mal abgewartet wie das vor ort wird und vor ort wurde es dann anders als es geplant war nämlich mit denen in den aufrecht stehenden schiffen hier das war so nicht geplant und lago meinte dann er kommt ein paar minuten später wir können ja schon mal einen kreis bilden haben wir dann gemacht nicht ganz so wie er sich vorgestellt hat aber ich denke das kam so vielleicht sogar noch cooler rüber mit den ganzen aufrecht stehenden schiffen was irgendwie total genialen eindruck auch vor ort gemacht habe ich habe sowas noch nie gesehen ja aber dann hier mit irgendwie 20 schiffen die so aufrecht standen und dann zum schluss die schildzellen gezogen haben sah schon echt cool aus und das hat das hat ewig gedauert bis ich das zusammengefriebelt habe dann letztendlich zwei musiktitel für genommen einmal für die schildzellen aktion zum schluss hin und einmal für das aufbauende von anfang von der ankunft wieder bis zum nach und nach aufrichten der schiffe wie das dann immer mehr werden wir und teil 5 war dann der letzte tag einmal in king landing wo ist es da einmal king landing und auch da ging es dann in der rp geschichte darum da wurde also hier wurde noch mal jemand nach denen nach den guardian ruin in lagos geschichte wurde dort ein wissenschaftler entführt den wir dann dort in king landing dort wurde er hin entführt dort wieder befreit haben deswegen auch noch mal das treffen mit den ganzen schiffen vor ort den haben wir dort befreit und lago ist dann irgendwo hier zum schluss ich glaube die szenen waren das genau ist dann hier mit seiner konner gelandet und ist dann rein in den hangar in die station und hat sie dort wieder gerettet ist dann abgehauen und zum schluss sind wir dann alle wieder abgehauen per massensprung und von der station sind dann aber piraten mit oder gegner halt mitgenommen die uns in furten orbite sprich to look und dort abgefangen haben und da kam es dann letztendlich noch mal zum kampf und haben sind die waffen auf ausgefahren und auch da waren eigentlich andere einstellungen geplant aber manchmal denkt man im spiel noch okay die einstellung ist cool die ist cool die ist cool aber beim bearbeiten merkt man dann das ist ja das geht ja gar nicht irgendwie weiß nicht woran das liegt das ist manchmal einfach so dass du aufnahmen machst und denkst die wären cool aber dann beim bearbeiten merkst du das ist das geht so nicht das ist nicht machbar irgendwie haut von und hinten nicht hin und das ließ sich echt gut gut runter schneiden also da hatte ich auf am anfang an als ich dann hier schon im anflug tatsächlich an dem tag auf kings landing war dachte ich im moment so könntest du später machen so und dann noch die musik hatte ich dann größtenteils schon fürs ende das hatte mir dann auch lago geschickt das lied und das andere das hatte ich dann noch so mal rausgesucht das hat dann auch super gepasst manchmal muss man gucken dass die videos oder oder die dass man genügend zehn hat wenn wenn halt ein lied irgendwie 45 minuten geht und du hast bloß weiß ich nicht 40 sehen kommt so vorn und hinten nicht hin also für ein fünf minuten lied vielleicht 110 oder so die man da schon für drin verwursten muss müssen schon sein ungefähr man kann immer ungefähr rechnen eine minute bearbeitung für so ein video mit allem drum und dran in echtzeit ungefähr braucht man eine stunde dafür kommt halt immer darauf an wie viele sehen aber es kommt schon ungefähr hin also tja kommt dann schon einiges zusammen genau dann zum schluss halt das treffen und der kampf und das waren eigentlich nur relativ wenige szenen die ich da am flug aufgenommen hatte für den kampf aber ich denke das kam ganz gut rüber auch dass dann noch die beiden schiffe geplatzt sind der t10 und hier danach die der schiff beim lago wieder ja und letztendlich aber also es war ein anderer schiff was er da platzen lassen das hauptschiff womit die wissenschaftlerin gerettet wurde entkam dann noch dem kampf und konnten die station einliegen und die wissenschaftlerin dann letztendlich wieder retten so bloß noch mal dass so jetzt ein bisschen zu der geschichte ja wenn das alles wenn alle teile fertig sind dann wird alles zusammengefügt noch mal und da wird dann noch mal und noch mal und noch mal alles durchgeguckt und dann wird es wenn ich für ok befinde einmal gerendert dann schaue ich mir so auf dem desktop als normalen film an und machen wir dabei notizen an welcher sehen oder an welcher stelle an welchen sekunden minuten stellen ich dann da noch mal was ändern will dann stehen so was da wie seine noch mal leicht nach oben verschieben oder nach unten oder noch mal ein bisschen heller machen oder irgendwie sowas und das sind dann die letzten sachen die man dann nach dem rendern noch mal macht noch mal durchguckt dann gucken gucke ich ein zwei mal auf dem desktop und ändern das dann noch mal wird noch mal gerendert und der regel gucke ich dann noch mal und dann meistens passt es auch schon ganz gut weil man halt vorher schon jeden einzelnen teil sich mal durchgeguckt hat und ja irgendwann irgendwann ist dann auch mal gut und nach gefühlt weiß ich nicht 20 25 stunden war dann die sache hier für das alles auch erledigt und ich denke ich hoffe es hat sich gelohnt es kommt kam zumindest sehr gut an bei euch ich fand es auch super die ganze die ganze reise war klasse das ganze zusammenschneiden macht mir sowieso immer wahnsinnig viel spaß und für mich ist das auch hier kein stress oder hektik oder sowas zu machen mittlerweile hat man sich da ja was heißt daran gewöhnt ich mache es einfach gern da steckt schon so eine gewisse leidenschaft dahinter das gefällt mir einfach echt gut und ja das war jetzt bloß mal so ein kleiner einblick wie ich das immer so hand habe wer da noch fragen zu hat hat das gerne die kommentare das war es erstmal von mir ich wollte das bloß mal zeigen weil da immer mal wieder leute nachfragen wie es interessiert ich hoffe das hat so einen kleinen einblick gegebener fragen hat fragt mich einfach und dann bedanke ich mich bei euch fürs zusehen und wünsche euch noch einen schönen tag